Hallo liebes verrücktes YouTube und willkommen zu einer schönen neuen Folge God of War hier bei uns auf dem Kanal. Die 2018er Version, also God of War 1, offiziell, inoffiziell, God of War 4, was weiß ich, keine Ahnung. Ihr kennt euch da besser aus wie ich. So, ich bin wieder am Start. Rotz Junge ist auch schon wieder ganz aufgeregt, der will auch schon wieder loslegen. Und wir müssen immer noch den Gipfel des Berges erreichen. Irgendwie müssen wir das schaffen. Keine Ahnung, ob wir das so hinkriegen. Komm mal her. Wir waren ja beim letzten Mal, haben wir ja schon irgendwas gemacht. Pass mal auf, ich klatsche das Ding mal da drüben an die Wand. Sohn. Sohn. Na schau. Wie konnte... Was ist kaputt? Was hat er gesagt? Urbelkrauf? Was ist denn ein Urbelkrauf? Da. Au. Das war laut. Das haben wir doch beim letzten Mal schon gemacht. Hm. Dann machen wir das halt nochmal, weißt du? Ich bleibe. Ist mir egal. Das ist mir sowas von egal. Was ist los, Junge? Gibt es hier hinten eigentlich noch irgendwas? Ja, schau mal einer an. Was ist denn das? Da ist einer verschüttet. Den sollte man lieber nicht so laut ansprechen. Oh. Ja, ja. Ja, klar. Die Kids freut. Freut der ganze Kram. Aber ich konnte noch nie irgendwas mit Halloween anfangen. Noch niemals. Siehst du? Ich sag doch, wir waren hier schon. Ah. Da sind die Gebeine des irgendwas drin. So. Söhnchen. Wie geht es jetzt weiter? Komm, gib mir mal einen Tipp. Sag mal, wie es hier weitergeht. Muss ich die ganzen Dinger kaputt machen? Glaube ich nicht, ne? Oh, jetzt ist gerade die Lampe angegangen. Da ist ein Stück Bewegungsmelder oder sowas hier. So, da unten waren wir auch schon. Dann, äh, da lang. Sohn, folgen Sie mir unauffällig. Mein Sohn, mein Sohn, der kann das schon. Oder war hier nicht wieder so eine verkackte Walküre drin? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Auf meinen Buckel gesprungen. Ja, die Filme sind auch gut, ja. Die, 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 die. Hm. Das haben wir auch schon gemacht. Ey, sag mal, wir waren doch schon überall. So, sag was. Da ist der Zwergennervling. Da muss man durch, ne? Ah, na, 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 na. Du willst nicht nachfragen, ne? Frag doch nicht. So, Hüftrüstung. Mystischer Kriegsgürtel der Klarheit. Uh. Fünf plus. Verbessern. Ja klar, komm. Ey. Verbesserung erfolgreich. Mystischer Kriegsgürtel der Klarheit. Wir rüsten den mal aus, weil wir sind ja eh klar, ne? Brustrüstung. Ähm. Ja. Ja. Wir machen das mal. Das hat noch keinen Zauberzauberplatz gehabt. Ähm. Lustrüstung. Die haben wir zur Zeit, was haben wir denn zur Zeit angelegt? Äh? Wo sieht man denn das nochmal? Ach so, das ist Herstellen. Warte mal. Lustung. Mal ja. Ah, zu den Plätzen. Auf die Plätze. Da haben wir noch einen frei. Pass auf. Dann nehmen wir Geschwindigkeit. Erhöht die maximale... Ne. Komm. Dann haben wir das Herz von Midgard. Oh. Erhöhter Schaden bei bloßen Händen. Na, geh. Komm. Feuermeisterung. 15% mehr Brandschaden. Syr-Siegel des Schutzes. Giftresistenz. Ach komm, ich würde sagen, wir machen ein bisschen... Wir machen Feuer, oder? Ja, machen Feuer. Dann haben wir hier auch noch zwei Plätze frei. Was ist denn hier los? Da nehmen wir die Federn des gefallenen Dieners. Ne, nehmen wir nicht. Wir nehmen... Widerstand, hier, warte mal. Symbol der Ausdauer. Giftresistenz. Ja, komm, lass uns das mal nehmen. Und dann haben wir ja noch einen Platz. Was haben wir denn hier alles noch? Widerresistenz gegen Frostangriffe. Das ist doch auch gut. Voliertes Wappen der Bedrohung. Duell landen Gesundheitsschub. Hohe Bonusaktivierungschance. Auf einen Gesundheitsschub bei jeder erfolgreichen Parade. Oh, gezacktes Schild der Beharrlichkeit. Sehr geringer Bonusaktivierungschance. Blah, blah, blah. Okay. Berserker Abklingzeit. Oh, oh, ja, ja. Ja, äh, 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 äh. Machen wir das, komm. Ja. So, ansonsten. Was ist denn das hier? Talismar, ja, okay. Den haben wir schon. Und der Kollege kann ja eh nischt. Der kann ja, der kann ja gar nischt, weißt du? Nischt kann auch nischt. So. Weiter geht's. So, ne Mann. Ich geh jetzt hier durch. Mach dich bereit. Za. Oh, hallöchen. Schau dir das an. Das sieht sehr nach der Gipfel. Komm, wir nehmen das einfach hier. Was soll schon passieren? Schau. Schiffre. Le Chiffre. Ja, wollen wir da reinlangen oder ist das echt eine blöde Idee? Naja, aber wenn's schon, wenn's schon hier rumschwebt, vor unseren Augen, vor unserem geistigen Auge, dann sollten wir da auch reinpacken. So, ne? Bist du bereit? Ich hoffe. noch einer ohne Fahrschein. Ey, was machst du? Moment. 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 Du kleine Brumme, du. Doch. Ah. Junge, 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 Junge. Was ist denn hier los? Was ist denn hier eigentlich los? Ich hoffe, ich sind jetzt nicht die Ohren weggeflogen. Ihr könnt ja kurz Bescheid sagen, wenn's zu laut war, für euch. Aber für mich persönlich war's zu laut. Ich fasse noch mal rein, ja? Man soll ja nicht anfassen, alles, aber ich kann nicht widerstehen. Uh. Hat was gefunden. Legendärer Weltenstau. Was ist denn mit ihm los? Sag mal. Weiß gut. Soll ich dir Feuer machen? Ah, guck mal. Da, schau. Oh, das war nischt. Okay, komm jetzt. Oh, warte. Geh ich lieber ein Stück weg. Junge, geh mal ein bisschen in die Richtung dort. Da, hin. Hin. Und da mach ich's dir ein bisschen warm. Da, schau. Komm mit. Hier. Guck mal, wie schön warm das ist. Komm hier, komm. Oh. Das ist ja jetzt dumm. Na gut. Komm mit. Wir gehen mal dahinter. Na, 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 na. Oh, das war jetzt fast ein bisschen... Ein bisschen fatal, ne? So, da, schau. Deswegen sollte ich jetzt hier hintergehen. Das war alles. Oh. Okay. So, teleportieren. Das hab ich gesehen. Mach's deinem Papa nach. Der friert nicht. Der rennt hier rum mit nacktem Oberkörper. Wie ihr Gott ihn schuf. Ach, ich bin ja selbst ein Gott. Ich hab mich quasi selbst geschaffen. Komm mit. Komm aufs... Auf Papas warmen Nacken. Jetzt geht auf meinen Nacken. Was? Und jetzt, ne? Ach da. Manchmal ist es nicht ganz so klar, wo man hin soll, hier. So. Hallo. Huh. Eck Silber. So, was ist denn hier los? Da oben ist doch dieser blöde Baum, wo wir den da rausgeholt haben, ne? Oh, oh. Ich befürchte hier ganz Schlimmes. Nehme mal lieber die Waffen. So und hopp. Hopp, hopp, hopp. Das schweigen ist ja unerträglich. Schon gut. Wir sind bloß konzentriert. Genau. So ist das. Wir sagen eben nisch. Wenn wir nisch zu sagen haben, haben wir nisch zu sagen. Wir gehen einfach. Oh, oh. Oh, ich würde da nicht drüber laufen. Ganz ehrlich, wenn ich du wäre, würde ich da nicht drüber laufen. Oh. Oh, es ist kalt. Es ist verdammt kalt in diesen Regionen. Wir haben nichts zu essen. Wir haben nichts zum Anziehen. Der Whisky ist auch schon wieder alle. Ich bin schneller wie du. Haha. Ist dem Kopf da hinten nicht schlecht mit? Gehen wir doch mal hier rum. Ob da was Neues entstanden ist? Ja. Siehste mal. Wenn du nicht in jede Ecke guckst, ne? Ja, da mit. Oh ja. Legendär. Armrüstung. Armschienen verstärkt mit geschichtetem, poliertem Stahl. Unbekannter Herkunft. Begünstigen die Abklingzeit. Oh. Die sind aber so viel schlechter. Na, obwohl da unten, ne? 20 Abklingzeit. Aber Runenkraft zu wenig. Aber auch nicht schlecht, ne? Auch nicht so schlecht. Abklingzeit 20. Naja. Naja, wir lassen das mal noch. Ich stopf so gern im Schnee herum und stopf ihn in mich rein. Er sieht auch nicht mehr so gut aus. So, Sohn. Na, schau. So, macht das der Papa. Jetzt sind wir gleich da. Endlich. Da wird aber auch Zeit, ey. Ich befürchte, hier kommt gleich ein Böser. Die Brücke nach Jutunheim öffnen. Junge, die Rune. Junge, mach jetzt die Rune endlich. Hier waren wir schon. Hallöchen. Die Brücke nach Jutunheim. Da kann man doch bestimmt hier, schau mal. So etwas sollte niemand sehen müssen. Danke. Da hängt ja noch der Kopf. Äh, der Körper. Weil ich brauche ja auch ein Thumbnail, Leute. Ein Thumbnail. So, warten jetzt hast du jetzt noch nicht aufgemacht. Sag mal, warum denkst du, bist du dabei, weil du so hübsch bist oder was? Mach doch jetzt auf. Muss ich es wieder selber machen. Finde den Bindepunkt und drücken sie dann. Der Bindepunkt, der Bindepunkt. Zack, da ist er. Hä? Binde. Binde. Zack. Was, noch einer? Zack. Wie viel denn doch? Äh. Hallo? Ja, jetzt hat es geklappt. Siehste, man muss nur rundlich zustichen. Oh, malo. Oh, du wunderschöne Brücke nach Juttenheim. Juttenheim. Juttenheim, Entschuldigung. Juttenheim. Juttenheim. Du schaffst. Ajo? Juttenheim. Lauf, Junge. Über die Brücke. Über die Brücke gehen. Ich bin auch ein Gott. Ich kann das. Lass ihn los. Au. Walter, lass ihn gehen. Nimm mich dafür. Ich tue, was immer du brauchst. Der Wunderschöne. Die ganze Zeit dachte ich, ich bräuchte dich. Aber du bist nutzlos. Offenbar ist der Junge der Schlaue. Na, super. Ach, Mann, was. Nein! Das Tor ist kaputt. Das war unser Weg nach Juttenheim. Du dämlicher Hurensohn. Verschwinde ich, Anne. Ja, unbedingt, Kleiner. Lauf weg. Lass Papa die ganze Drecksarbeit tun. Lass los. Ruhig, Junge. Du bist noch nicht so weit. Ich bin bereit. Äh. Hallo? Und ich dachte, meine Familie wäre total verkorkst. Dein Vater hat recht, Junge. Du bist längst nicht so weit. Wärst du jetzt so nett und hältst das für mich? Danke. Salut. Matthias. Ich glaube, I can fly. Uh. Au. Hat er seinen eigenen Drachen, der Typ? Weißt du nicht, wann es genug ist? Nee. Au. Gib mein Junge wieder her, du kleiner Ochse, du blöder Hund, du. Raus mit dem Horterzähnchen, mit dem Kaffelzähnchen und... So, ich soll ausweichen. Dachtest doch. Au. Daneben. Daneben. Au. Ich mach dich fertig. Naja, weil ich Gott bin. Der braucht nicht ausweichen, ist ein Gott. Muss ich denn irgendwas drücken hier? Ich hab wohl abgelehnt. Au. Hör auf. Du Penner. Runter mit dir. Und tschüss. Und tschüss. Und tschüss. Jetzt ist der Drachen meine. Oh, da ist er wieder. Verdammt. Oh, nein. Wollen wir schön abhängen hier, ne? Oh. Äh. Oh, oh. Oh, Gott. Ja, hab ich kaputt gemacht. Hier ist was los, ey. Wer hat die Brücke aktiviert? Nee, ich habe dich etwas gefragt. Ey, Zeit zum Reden. Zu spät. Das Ziel ist bestimmt. Und wenn sich die Brücke öffnet, wird dich Asgard mit all seiner Kraft überräumt. Au. Es ist vorbei. Wirklich? So sei es. Nein. Baldi. Nein. Hör mir zu. Lass mich helfen. Lass sofort los, oder ich töte ihn. Du weißt, ich meine es ernst. Was hast du getan? Junge. Ich bin hier. Bewege dich nicht. Was für ein Ritt. Was für ein Ritt. Wo ist denn, Junge? Gehst du mir jetzt mal? Ja, doch. Ich bin doch schon da. Ich muss erst mal looten. Du hörst mir jetzt zu und sagst kein Wort. Ich bin dein Vater. Und du, Junge, bist nicht du selbst. Du bist hitzköpfig. Du bist frech, ungehorsam und außer Kontrolle. Genau. Das dulde ich nicht. Du ehrst deine Mutter und wirst diesen Pfad umgehend verlassen. Es ist nicht zu spät. Dieses Gespräch ist nicht vorbei. Wir sind nur deinetwegen hier, Junge. Vergiss das niemals. So rede ich mit meinen Kollegen auf Arbeit auch immer, wenn ich reinkomme in der Früh. Aha. Du, Ronny, Junge. Jetzt redet der wieder nicht mit mir, weißt du. Zum Gipfel zurückkehrend abgeschlossen. Sind wir jetzt am Gipfel oder? Einen Weg aushält. Bist du schon wieder? Aha. Okay. Ja. So, ne Mann. Machst wieder nur Mist. Oh, hier geht's lang. Komm mit. Wow, ist das kalt. Das ist Hehl? Nicht nur Hehl. Der schlimmste Teil von Hehl überhaupt. Ich sehe ein Boot. Bring uns hin. Es bringt uns nur halb bis zu Tirfs Tempel. Aber zumindest bringt es uns weit weg von hier. No, das ist gut. Das ist doch ein Wort. Seit tausend Lebzeiten hält der Brückenwächter schon die Lebenden von hier fern. Aber jetzt, wo du ihm das Herz rausgerissen hast, sind wir hier schon komisch. Das ist wirklich komisch. Oh, wer ist denn er? Auf. Bist du gescheuert? Zama. Junge. Das war nicht ich. Nee. Ich glaube auch, dass du das nicht warst. Du Puppertier. So, was haben wir hier? Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Vielleicht kann ich mich ja außen um. Ja, ich kann. Und kaputt. Schau mal da. Lumus. Maximus. Und. Ich hätte ja auch außen rum gehen können. Ich weiß, aber. Ich wollte halt mal cool sein. Mach das kaputt. Oh, oh. Oh, 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 oh. Lieber nicht. Was sieht es denn hier aus? Was ist denn da unten? Das ist für später wahrscheinlich. Alles. Jump, mein Freund. Komm her, du lump. Hallo. Runter mit Jan. Das war gut. Ich hab' kommt, schieß. Oh, sehr schön, sehr schön. Und. Da, da, da. Das war ich. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Wende dich ab, Junge. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Ja. Keine. Nicht sein. Das war ich nicht. Denke jetzt nicht daran. Nicht hier. Ja. Wir müssen weiter. Also, ich hab' schon gesehen, dass du das warst. Spielt das jetzt keine Rolle mehr? Oder was? Verziehen und vergeben? Ein Mord an einem Gott? Ich weiß es ja nicht. So. Wo müssen wir hin? Sprich mit mir, Junge. Da nicht hin? Ja. Komm mit. Ein kleiner, klarbauter Bär. Kopf. Was war das? Nicht nur die Alten und Kranken kommen nach Helheim. Auch Verbrecher. Hel darf keinen Unterschied machen zwischen uns und jenen, denen diese Vision qual sein soll. Wie beenden wir es? Indem wir Hel verlassen. So schnell wie möglich. Ich lasse mich nicht davon quälen. Wie du gesagt hast, Mimir. Es war nur ein Trugbild. Es war nicht ich. Nein. Aber es zeigt, wer du neuerdings geworden bist. Hör zu. Ich weiß, ich hab uns das eingebrockt. Aber ich bringe uns auch wieder raus. Wer immer ich bin. Ich bringe uns hier raus. Du tust, was man dir sagt. Vielleicht ist das nicht, wer ich bin. Das sollte es aber sein. Jetzt lenkt mich nicht weiter ab. Genau. Ich muss mich konzentrieren um diese Hackschnitzel hier. Weißt du schon? Was sie sehen, so ne Mann. So macht man das hier. Ich will ja nicht hetzen, aber... Schneller? Ich muss nachdenken. Wir denken nach. Jetzt hör doch mal auf zu nerven. Junge, Junge, Junge. So. Wir müssen nachdenken. Ich denke noch ein bisschen nach, ne? Lass mich doch mal nachdenken. Bitte. Ähm. Ja. Schon. Aber woher nehmen wir die stillen? Woher nehme ich mir das jetzt? Da haben wir eine Kiste vergessen da drüben, Leute. Kommen wir da noch hin? Bestimmt, ne? Da müssen beide gefüllt werden, ja? Warte. So. Wo macht das denn Gott? So. Mal auf die Tür. Äh, hallo? Wer bist denn du? Autschen. Äh. Ha. Ja, legendäre Chaosflamme. Uh, die brauchen wir doch für irgendwas. Eieieiei. Hm. Hier ist wieder was los. Hier ist wieder was geboten. Geh mal weg. Aha. Da drüben. Komm mit, Sohn. Was ist denn das? Da komm ich da hin. Weiß ich gar nicht. Da hat XP dafür gefehlt und noch irgendwas anderes. Aber was genau, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wir finden es schon noch aus. Wir finden das aus, Leute. So. Und da liegt er noch. So. Was ist denn los? Das ist ein Home-Lust. Sag mal. Eckung, Junge. Da, 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 da. Ich schiebe und schiebe. Was ist los? So, wie komme ich jetzt da hoch? Vermutlich gar nicht, ne? Hier geht es auch nicht lang. Oh, da haben wir jetzt irgendwas gemacht, was cool ist. Nein, wir machen ja nur coole Sachen. Ach, hier, wahrscheinlich, ne. Da. Blomm. Blomm. Ja, damit. Ja, ja, ja. Alles für mich. Bitte. Warte, ich komme. Ich komme schon, ich komme schon. Warte, warte, warte. Ich bin schon da. So, Achtung. Aber dreht ein bisschen durch heute. Oh, da wartet auch schon wieder einer. Oh, das sind doch die beiden Göttertypen da drüben, oder? Oh, ich ahne, Schlimmes. Ich habe nicht viel Leben. Warte, ich glaube, ich sehe Baldur da vorne. Haben wir den noch nicht weggemetzelt? Ne, ne? Ich glaube, der kann ja auch nicht sterben, der Typ. Oh, Baldur. Baldur. Ja, damit. Das nehme ich gern. Ich habe auch Rage. Ich habe auch Rage. Komm her. Er darf uns nicht sehen. Hör zu. Du, du hattest kein Recht. Ich hatte jedes Recht. Ich bin deine Mutter. Du hattest kein Recht, Hex. Ich schmecke nichts. Ich rieche nichts. Ich fühle nicht mal die Temperatur in diesem Raum. Essen, trinken, Frauen, alles ist vor. Aber du wirst niemals wieder Schmerz verspüren müssen. Der Tod hat jetzt keinerlei Macht über dich. Würdest du lieber sterben? Als nie wieder zu fühlen? Ja. Ja. Ja, ich würde lieber sterben. Ja. Befreie mich davon. Ich kann. Bitte. 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 Befreie mich davon. So funktioniert das nicht. Bitte. Sohn, glaub mir. Irgendwann dankst du mir. Hm. Komm schon. Na komm schon. Und das da drüben ist da auch noch was zum... Komm schon. Will der jetzt mit dem kämpfen oder was hat der jetzt noch hoch? Sohn, wir finden eine Lösung. Ich verspreche es. Glaub mir, ich weiß wie. Hm. Oh. Oh oh. Der will den Geist geschlagen. Tu es. Tu es. Komm schon. Was macht der dort? Ah, Feigling. Du Feigling, du. Ich bin kein Feigling. Ich bin Kratos. Oh, nie wiedersehen. Du siehst uns nicht. Was du mir angetan hast. Was du mir angetan hast! Ah! 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 Oh, doch. Was ist denn das? Freya ist seine Mutter. Warum hast du uns das vorenthalten, Kopf? Würdest du glauben, dass es mir entfallen war? Sicher nicht. Na, dann weiß ich es auch nicht. Ich habe gewiss keinen Grund, so etwas zu verheimlichen. Da ist das Boot. Wir kommen darauf zurück. Bald. Ja, aber ich würde doch gerne da unten reingehen. Wollte aber doch noch die Küste. Wir blieben doch Kisten. Wir müssen doch alles nehmen, was wir kriegen können. Da, schau. Geht's hier durch? Und wir gehen mal zu Baldur. Oh, knicklich da. Ja, noch da? Nö. Sehr schön. Uh, das glänzt. Das ist nebisch. Ihr hattet da Svartalais. Ein Stahl. Ein Stahl. Na dann. Ab zum Boot. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man viele Götter auch unter Wasser sehen. Oh. Na, das ist doch nett hier. Ja, das Boot gefällt mir. Das nehmen wir. Ist nehmen wir. Oh, oh. Ich höre was, was ihr nicht hört. Ihh, ihr Ekelhaften. Ich wäre es, was ihr nicht hört. Ich wäre es, was ihr? Wir nehmen uns. Hey, hey, hey. Oh, nicht eh. Au. Dormat. Oh. 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 Solches Chaos. Viel Arbeit wartet, wenn ich dich getötet habe. Wer war das? Vereilen wir uns. Ne, lasst uns doch hier noch ein bisschen bleiben. Ist doch schön hier. Ich finde es gerade hübsch. So, was haben wir hier noch? Der macht einen Schwinger, der Typ. Okay, was ist das? Oh, das ist ja wieder ein Rätsel. Gibt es hier drüben was zum Enträtseln? Nö. Welch episch göttliche Musik. Okay. So. Da oben ist nichts für uns. Okay. Da, da, da. Oh. E wie Emil. Wohin damit? Nach vorn, nach hinten, nach hinten. Weiß ja immer nicht so richtig, wohin damit. Ei, 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 ei. Ich mag keine Töpfer machen, das ist richtig. Doch, lass los. Lass es los, lass es los. Scheißkrüge. Wir müssen doch irgendwo drei Teile finden können. Nö. Sind die alle da oben? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Scheißweise. Sieht fast... Ah, da. Hab's doch, ihr wusst. Da haben wir schon mal eins. Aber es ist ja bekannt, eins ist keins. Dann hoppsen wir mal hier hoch. Ach, was ist das da? Äh. Das hat nicht gezählt. Aber. Aber. Interessant. Holen wir gleich. Ich mach auch kein Holz. Hm, 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 hm. Da hinten. Mach mal ein Move, oder? Was für ein Move. So, und jetzt noch das eine. Das eine oder keine. Ich geh mal davon aus, ja, da hinten ist ja offen. Mach mal Schiebung. Schiebung. Mach mal. So, noch ein Stück vielleicht. So, das ist jetzt ungefähr... Kommt doch nicht rein, der Dicke. Noch ein Stück. Noch ein kleines Stück. So, halt, 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 halt. Nein, nicht so weit. Was machst du denn? Noch ein ganz kleines Stück. Danke, 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 reicht. Ja, ja, oder? Ja, natürlich. So. Haben wir gemacht. Und auf das Ding. Und auf das Ding. Für so ein Säckchen macht man alles, ne? Horn des mit Blutmeet. Naja. Und damit ihr auch alle ein Horn mit Blutmeet erhalten könnt, abonniert doch bitte den Kanal und hinterlasst ein Däumchen nach oben. Das wäre ein Träumchen. Und dann sehen wir uns bald wieder in der nächsten Folge. Den. Wartet. Gleich. Komm her. Den musste ich noch. Ne? Den musste ich noch. Äh, genau. Warum war ich stehen geblieben? Ihr wisst schon. Däumchen, Tralala, Hopsasa und Haifriho. Tschüss.